Gibt's nicht anderes, ne? Geht nur da rein? Ja, ja. Oh, noch ein Endermann. Oh mein Gott, was ist denn? Ey, das sieht aus wie Dings. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, das sieht aus wie ein Wisschen-Einmär. Ich sterbe, wo bin ich? Hä, warum bin ich gestöpselt? Wo ist mein Pet? Mein Pet? Hier, eins, zwei, drei, Pet, super. Oh, ich werd hierhin. Nein, ich werd sterben, ich werd sterben. Ich hab nicht mehr viel Endgien, ich muss hier die Mops töten. Oh mein Gott, diese blöden Mops. Nein! Wo bist denn du? Da, wo vorn? Bist du schon tot? Ja. Oh, ich komm nicht um die Ecke dahinten. Kommt noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist er tot? Alter, wie lange dauert'n das hier? Wie? Ist er tot? Ja. Wir hatten den getötet. Unsere Tiere. Na toll. Weg damit. Äh, erstmal oben entlang. Oben ist Sackgasse. Ah. Prüfen, was da ist. Prüfen. Hm, nichts. Weiter? Da gehst du noch weiter. Ah, nicht gut. Uh, ah, uh, ah. Und? Noo. Uuuuuh. Hey, da ist meine Biene. Hey, da ist meine Biene. Oh, Brot. Töte sie, töte sie alle. Oh mein Gott. Warum bist du von ins Wasser gefallen? Wasser. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Oh, da ist nix. Zack, Gasse. Boom, 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 boom. Äh. Seh nix. So. Heiße. Du, du. Machst du da unten schon wieder? Ich bin falsch, glaube ich. Wieso, vielleicht muss man da runter? Nein. Was ist das ein bisschen? Da ist es wein. Zack, zack, zack. Hm. Da sind sie alle wieder überall. Alles voll mit Viechern. Ich gehe nach oben und hole dich. Ich bin nicht, ich bin nicht, ach trage mich. So. Oh, zieh lang, zack. Bam. Weggeballert. Zack. 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 Hey Mann, hey, wo geht's denn? Hey, zack. Oh Mann, wie das so riesenbrust die Hülle hier. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Was ist das? Deine Bienen, oder was? Weiß ich nicht. Hier so rumpuppen. Also das ist der normale. Boah, Alter, ist das hier wieder riesig. Aber das hier ist der Weg zu raus. Oben ist der Weg vielleicht wie was anderes. Wie du siehst. Da ist der Ausgang, siehst du? Unten nur entlang. Oh. Oh. Oha. Weil er mir aber gut was weg, du. Na ja. Oh, da ist die Piste. Items, Items, Items. Da hinten ist noch jede Menge. Dann gehen wir erst mal. Du hängst. Oh, scheiße. Ich dachte, wenn wir mal wieder, ich wäre du. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, die Brücke. Man sieht ja auch so schlecht. Ich häng an. Ach, ich bin gar nicht auf der Brücke. Wo bin ich denn? Hä? Na, siehst du schlecht wegen der Karte. Nein. Na klar, ich sehe wegen der Karte schlecht. Ich sehe wegen dem Nichts schlecht. Repetiert mich. Hey, was ist denn der Print? Ja, was für dich. Wieder hier, ist die Brücke. Oh, die mit ihren blöden Sachen, die die da werfen, ey. Eigentlich müssten wir verwischen. Hm. So long. Piste. Was machen eigentlich meine Bienen diversity Geräusche? Ja, Summlungeräusche. Bzzz, bzzz. Bzzzz. Bzzz. Zinnenerwax. Ah, ist schlecht. Bzzz bzz. Bzzzzz. Und das war's. Klingt wie. Was machst du denn da? Wo rennst du denn hin? So, jetzt hier wieder zurück. Und noch unten die Ecke und dann haben wir hier alles sauber. Nee, wir müssen noch ganz nach unten. Ja, sag ich doch da unten die Ecke. So, ich dachte... Oh, wo bin ich denn schon wieder hingefallen? Hä? Ich auch. Hier. Wohin? Hä? So. Ja, komm. Was machst du denn? So. Los. Siehst du diese blöde Karte? Die nervt total. Wie komm ich denn jetzt... Mach den Blödsinn aus! Wie komm ich denn hier jetzt wieder hoch? Ah, hier. So, wir müssen noch da oben. Jetzt machst du die doch an! Ja, jetzt wo man noch was sieht. Hier lang. Drückst du immer, oder was? Hm? Drückst du das immer, oder was? Was? Dass der pfeift? Nein. Ich pfeife gar nicht. Du pfeifst. Guck. Du drückst doch immer so, oder nicht? Hä, damit ich rolle. Ja, hier lang. Ach so. Ich drücke damit, dass ich rolle. Du hier falsch! Ja, das sind die... Hunde, ey. Ah. Oha. So. Lauf doch nicht weg. Affe. Nach 20 Pfeile nur. Wuuuui. So. Wahrscheinlich ist hier nur irgendeine stumpfe Kiste, ey. Boah. Äh, nein. Das ist schon eine krasse. Stumpfe Kiste. Genau, stumpf. Das ist eine krasse, aber egal. Kannst du die auch mal töten? Ah. Ich dachte mal wieder, ich wär du. Das ist gar nichts. Sag doch, nur eine stumpfe Kiste damit. Das ist wahrscheinlich auch nichts. Parobine, wow. Hauptsache, level up. Ey, du kannst jetzt dein Dings machen. Dein Dings verzaubern. Später. Es ist nur noch da unten die eine Ecke da. ja. Na ja. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jedes Mal alle Ecken zu suchen. Oder ob wir einfach nur den Sachen hinterher rennen sollen. So wie wir rennen sollen. Oh, was ne. Ja, das wars mit der puerta. Toll. Ich hätten ruhig ne schöne Kiste hin basteln können. Nö. Umsonst die lange laufen. Naja, net. Damit du bessere Sachen kriegst. Alles clear. So, raus hier. Alles clear. Oh wei, hier geht direkt los. So. Was sind das denn hier für Kids? Spinnen, dies, jenes und wieder diese Magier. Wie ich sie liebe, diese Magier. Die nennt man Hank. Ja, alles dasselbe. Magier sind was anderes. Magier gibt's auch. Lasst uns durch. Ich will hier aus dem Level raus. Kann doch nicht sein, dass wir hier Tage in diesen Leveln stecken. Alles clear. Alles weggebombt. Oh, ich hoffe nicht, da ist man heute. Ey, läufst du weg, oder was? Lauf, ich kriege dich mit meinen Pfeilen trotzdem. Ich hab keine Chance, mir zu entkommen. Hast du gesehen? Mein Schwert vollgeschraudert. Was ist los? Vorratskiste. Schlau, schlau. Zack. Hast du wieder meine Pfeile geklaut, oder was? Du hast sie. Ja, ja, ja. Du hast 212. Wow, Wahnsinn. Uh, hier sind schon wieder irgendwo diese Biester. Ab in den Sumpf mit euch. Ab. Runter von der Prünke. Und runter mit dir. So. Dann geht's lang. Also schnell. Ich geh einfach mal hier dem Pfad der Brücken entlang. Hey, was machst du denn? Mach da oben jetzt mal. Ja. Oh mein Gott, hier ist wieder die Hölle los. Hilfe. Ich muss schießen, schießen, schießen. Schießen, 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 schießen. Schießen, schießen. Ich stehe mitten im Dingens drin. Was ist denn bei dir wieder los hier? Machst du nur da unten. Ja. Weh. Elten ist bestimmt in der Kiste hier. Ach, egal. Oh, ich guck mal, ich hab was gefunden. Ja. Eine Tür. Ich geh mal rein. Hallo? Ist hier jemand? Was mach ich hier in der Tür? Komm man da durch? Wie kommt man denn? Wie komm ich denn an den Hebel da dran? Was für ein Hebel? Da, wo das Rote ist. Muss man da irgendwie reinkommen? Sehr komisch. Hä? Oh, da geht's voll weiter und wir können hier nicht durch. Sehr melancholisch. Sehr melancholisch. Ob man vielleicht von da unten durchkommt? Komm mit. Komm mit. Hier. Mal gucken. Ja, siehst du? Dadurch. Dann kommt man da raus. Ja, siehst du? Das ist es. Ja, fast verpasst. Ey, krass. Das muss man doch alles durch Fröchten. Fröchten. Durch Fröchten. Leute, wir durch Fröchten die Höhlen. Was gibt's denn hier? Hm, ich weiß nicht. Was ist das denn? Oh. Ach, hast du trotzdem gedrückt. Alles klar. Keine gute Idee. Oder? Kommt hier nur Mops. Ah, hier kommen nur Mops. Die kriegen wir ja so gedauern. Alter, was ballert mich denn hier so komplett weg? Weg von mir. Boom. Weg du nicht. Hey, ich hab Doppel-CNT. CNT kann mit Stapeln. Oh. Was ist das? Hast du schon gedrückt? Nee, ich hatte es nicht gedrückt, glaube ich. Das ist einfach so aufgegangen. Nein, du hast es schon am Anfang gedrückt. Ah. Da ist noch was. Die Schriftrolle des Wagensins. Du brauchst die auch. Komm her. Was ist denn? Mission freigestaltet. Matschige Höhle. Uh. That is. So. Coole Sache. Wieder was freigeschaltet. Einfach TNT stoppen. Ja. Hilfe, Hilfe. Warum schmeißt das TNT dahin wohl stehe, Mann? Piu. Oh, meine Energie macht schon mal wieder Hilfe. Piu. Piu. Willst du mich umwurxen, oder was? Nein. Arbeit nicht. Was steht da Feuerpfeile? Äh, okay. Da ist noch was. Da ist noch eine. Sind meine Hunde überhaupt noch da? Ich sehe gar nichts hier bei dem ganzen Blick der Ather. Ich ruf die einfach mal. Oh. Ah, ah. Reiner! Ach du. Jo. Was geht denn? Wir haben gar nicht so viel Energie. Ey, guck mal. Hilfe. Und was sieht so komisch aus? Hilfe. Ah. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich komme mal hier hoch. Ich schieße mal lieber von hier oben. Oh, geht nicht von hier oben zu schießen. Dann schieße ich von hier. Energie. Ach, danke. Energie. Gott sei Dank. Ich schieße mit meinen Pfeilen. Ich habe noch 217. Geil, damit fände ich gut was weg. Hör ballern. Oh, oh, oh. Yeah, seine Energie wird weniger. Aber übrigens, wir kommen hier immer mehr Pfeile. Ich weiß nicht, ob ich genug Pfeile für so Späße habe. Wo bist du denn? Hier oben. Musst du auch was oder stehst du nur da? Natürlich. Oh mein Gott. Ich muss hier raus, ey. Ich brauche Energie. Huh, 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 huh. Komm schon. Digga, gib mir Energie. Angst, wir hatten keine Energie verloren, Mann. Was soll denn das? Energie? Hallo. Komm her. Ich will auch wieder. Hallo. Ah, endlich. Ich kann wieder rein. Wir haben uns gefecht. Boom. Ich schieße jetzt raus. Ey, da steht direkt einer neben mir. Das geht ja gar nicht. So. Mein Zauberman mit dazu holen. So, so. Oh, wo kommt ihr denn schon wieder hier neben mir her? Alter, alter, alter. Wir kommen hier einfach aus dem Nichts, ey. Oha. Down. Was ist das? Die Mondolche. Ach, Mondolche. Die Mondolche. Ich habe einen König gerettet. Geschenk? Ach so. Ein Geschenk. Ich dachte, es wäre ein König. Was ist das hier? Hier ist ein... Warte mal, hier ist ein Laden. Hä? Lol. Wo? Ja, weiß ich nicht. Auf der Map zeigt er mir hier einen Laden an. Ja, aber wahrscheinlich in unserem Dorf. Vielleicht war das der Geschenkeverpackung. Guck mal grad. Nicht, dass der hier irgendwo oben rumzerrt oder so. Äh. Ich sehe mal nichts. So, ich hoffe, dass es war, weil ich habe keine Lust. Bestimmt kommt er in meine Welle. Äh. Einzuzergen. In unsere Welle. Der Zelliger wird nun nicht mehr mit Tanken versorgt. Und die Existenz hat sich von diesem Angriff nicht so schnell erholen. Gut gemacht. Gut. Und... Und... Äh. Äh, du hast schon wieder so ein Tier. Hä? Wer sagt das? So, nochmal schnell ausrüsten. Und dann auf links, muss er auch noch spielen. Was? So, was haben wir denn hier? Guck hier mal nach unten. Da, da. Was? Da, der Ernter. Schon wieder so ein Tier. Boah, legendär. Oh toll, ich hab schon 34. Müll. 36. Müll. Ausrüsten. Müll. 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 Das ist legendär. Das ist Müll. Zwei Punkte. Ach egal. Komm, bessere Sachen. So. So. Gino. Hm. Pappelwaffe. Seelen. Extra Schade. Zwei Punkte. Naja, komm. So, jetzt kann ich hier noch was skillen. Ja, dein Bogen. Glas, Verbrennung. Und dein Bogen. Oder deine Rüstung. Ah ne, Rüstung hast du. Bogen. Oha. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit prallen Pfeile vom Regen. Und dann treffen andere. Mit einer Wahrscheinlichkeit wird ein Kreis vom Regen erzeugt, in dem du und alle Verbündungen geheilt werden. Ein Treffer bei dem Gegner wahrscheinlich in Raserei versetzt. Was? Ein Treffer bei einem Gegner kann ihn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Raserei versetzen, wodurch er alles und jeden um sich herum als Gegner ansieht. Aha. Ich will jetzt einfach das hier. Ne, ne, mach das. Was? Das? Ja, weil, guck mal. Wenn du einen Gegner, ja? Schießt, ja? Hm. Mit 20% denkt er, die anderen seien seine Gegner und der gehört zu uns. Also kämpft der gegen seine Mitmenschen. So. Guck mal nachher. Kalturschaden. Gib dem nächsten Angriff nach einem vollen Schaden zu. Hm. So. Okay. Dann haben wir jetzt alles gesehen. Achso, warte mal. Hier musst du ja noch ein Dorf haben. Da ist der Geschenkmann. Ah. Gegenstand zum Verschenken. Zu Verschenken? Oh. Leg die Gegenstand neu fest, damit sie dem vorhin Schätzgrad der beschenkten Spielers entspricht. Spieler beschenken. Dann kann ich dich beschenken. Oha. Toll. Warte. Lass mich mal gucken. Kann dir meine Angel schenken? Geh mal raus. Ich muss mein Ding austauschen. Hä? Also Gegenstand verschenken. Aber ich will jetzt doch gar nicht. Ach da. So. Wo ist mein hier? Das ist nur Level 9. Aber egal. Ich tausche dir mit dem aus. Willst du den Hund? Ja. Du hast doch einen oder nicht? Nein. Du hast doch einen Seelendinger. Spieler beschenken musst du ändern. Oder? Was? Nur einmal pro Dinges. Warte. Ja. Äh. 32. Warum ist das so stark auf einmal? Keine Ahnung. Ich hab dir einen 17er gegeben, oder? Warte. Geh mal raus. Äh. So. Hä? Ja. Du hast mir den 17er gegeben. Äh. Nee. Sag bloß, wenn wir ein Item verschenken, dann passt sich das unsere Stufe an? Alter, das wär ja voll legendär. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab einen Hundi. Was gibt's hier? 34. Und 33er. Was ist das daneben, in der Mitte? Ausrüstung. Okay, geh mal raus. Wo distint's! 32er. Ups! Gut! Dann war's das wieder mit diesem Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, für die nächste Mission und bis dahin, auf Wiedersehen! Tschüss.